Hey DJ, was geht ab? Hier ist der Maik und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Frag DJ Maik. Ihr habt mir wieder einige Fragen gestellt und jetzt habe ich drei Minuten Zeit, diese Fragen zu beantworten. Und das hier ist ja normalerweise ein Format, was es bisher nur auf YouTube gab, aber brandneu findest du es auch als Podcast, um es dir auch unterwegs zum Beispiel einfach auf deinem Smartphone anzuhören. Deswegen möchte ich auch mal alle begrüßen, die das schon machen und jetzt hier auch im Podcast mit dabei sind. Yes, wie du die Möglichkeit hast, mir auch deine Frage zu stellen, das erkläre ich dir gleich im Anschluss. Jetzt legen wir aber los. Ich starte jetzt den Timer. Alexa, stell einen Timer auf drei Minuten. So, meine Fragen sind hier und der Countdown läuft. Frage Nummer eins. Wie viele Auftritte hattest du schon? Coole Frage. Guck mal, ich bin jetzt fast 20 Jahre DJ. Davon, also 20 Jahre gewerblich, davon jetzt über acht Jahre hauptberuflich. Ich habe über 600, sogar an die 700 Hochzeiten gespielt. Dazu kommen noch Geburtstage, Firmenfeiern. Wenn ich jetzt noch meine ganzen Club-Gigs oder die Gigs, die ich auf einem AIDA-Kreuzfahrtschiff gespielt habe, dazu rechne, ich würde sagen, 1000 bis 1200 werden da ungefähr zusammenkommen. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber schätzungsweise von meinem Gefühl werden es 1000 bis 1200 sein. Nächste Frage. Moin Mike. Wie viele Songs hast du auf dem Laptop, die du gar nicht brauchst? Quasi Müll. So gut wie gar keine. Das liegt aber an meinem Ordnungssystem, also wie ich meine Musik-Library pflege. Ich nehme ja nicht alles mit, sonst hast du irgendwann das Problem, dass dein Archiv halt total zugemüllt ist und du nicht genau weißt, was du spielen musst und dann die Gefahr läuft, dass du Müll spielst, dass du den falschen Tracks spielst. Ich habe schon oft Videos oder auch in meinem Coaching-Programm das Thema Musikarchiv sortieren, welche Songs brauchst du mit dabei. Wir arbeiten ja, oder ich arbeite ja nach dem sogenannten Top-Hits-Prinzip. Ich habe wirklich nur das Beste vom Besten dabei, damit die Partys auch richtig gut werden und halt nicht nur Durchschnitt oder du nicht irgendwelchen Müll spielst, weil dein Archiv so voll ist. Also ich habe hier auf dem Kanal schon mal ein Video dazu gemacht. Ich glaube, das nennt sich sogar Top-Hits. Ansonsten ganz detailliert gehe ich dann natürlich in meinen DJ-Kursen mit ein. Nächste Frage. Erste Mixe auf Instagram-Profil posten. Was ist rechtlich zu beachten? Boah, das kann ich dir gar nicht sagen. Habe ich noch nie gemacht, war auch nie mein Plan. Da musst du dich mal mit Instagram auseinandersetzen oder vielleicht sogar mal mit Instagram in Verbindung setzen. Was es da für rechtliche Dinge gibt, das kann ich dir aber selbst gar nicht sagen. Nächste Frage. Du hast deinen Hauptjob aufgegeben. Wie lange hast du für diesen Schritt gebraucht? Boah, das ist eine geile Frage. Die ist richtig cool. Wie lange habe ich dafür gebraucht? Also als ich meinen Hauptjob aufgegeben habe, dann habe ich das nicht aus dem Grund gemacht, um jetzt hier großer DJ zu werden, sondern ich habe mich in meinem Hauptjob immer mehr unwohl gefühlt. Und ich wusste, damit sich was ändert, muss ich da rausgehen. Und ich bin da rausgegangen, ohne ein neues Ziel zu haben, ohne einen neuen Plan zu haben. Das mit dem DJing, das hat sich, ich will nicht sagen per Zufall ergeben. Heute würde ich sagen, das war Schicksal. Es mussten so viele Zufälle passieren, damit ich in das hauptberufliche DJing reinrutsche. Das war kein Zufall mehr, das war schon Schicksal. Alexa, stopp. Jetzt der Timer um, ich mache die Frage aber noch fertig. Also, wie lange hast du für diesen Schritt gebraucht? Tatsächlich von dem Moment, als ich meinen Hauptjob gekündigt habe, bis zu dem, in dem ich dann wirklich gesagt habe, hey, ich steige jetzt wieder in das DJing ein, sind glaube ich sechs oder neun Monate vergangen. In der Zwischenzeit habe ich mich tatsächlich auch wieder auf andere Jobs, also Angestelltenjobs beworben. Auch wieder in dem Beruf, in dem ich gelernt habe. Und da waren viele Dinge dabei, von so ganz kleinen Telekom-Läden, so eine 8 Quadratmeter Bude, über einen Saturnmarkt, über Expert, über Mediamärkte und so weiter. Und die wollten mich alle haben, wegen meiner Auszeichnung und meinen ganzen Diplomen und Auszeichnungen, die ich von diesen Herstellern gekriegt habe. Also mein Fachwissen in dem Bereich, was ich gelernt habe, war enorm groß. Aber die Bezahlung war nicht gut, die Arbeitszeiten waren nicht gut, auch die neuen Bezahlungsangebote, die ich dann wieder bekommen habe, die waren nicht gut, sodass ich tatsächlich alles abgelehnt habe. Ich kann mich sogar daran erinnern, dass ich mal einen kompletten Tag bei der Firma Vorwerk gemacht habe. Ich bin da mitgegangen, das ist ja so Staubsauger verkaufen an Haustüren von fremden Menschen, das liegt mir gar nicht. Ich bin zwar Verkäufer, aber ich hasse Kaltakquise und ich hasse es, das bei fremden Menschen zu machen. Deswegen bin ich da schon beim halben Tag, bin ich da ausgestiegen, habe gewusst, das ist nichts für mich. Und als ich dann verstärkt auf mein Herz und auf mein Gefühl gehört habe, habe ich immer mehr gemerkt, dass ich wieder was mit Musik machen möchte, dass ich Musik auflegen möchte, dass ich die Menschen begeistern möchte. Ja, und dann kam das eine zum anderen. Und wie ich dann als DJ gestartet bin, habe ich übrigens schon mal in einer Podcast-Folge oder auch in einem YouTube-Video erzählt. Ich verlinke es euch mal hier unten in die Beschreibung mit rein. Also wenn du jetzt auf YouTube dabei bist, in der YouTube-Beschreibung, wenn du als Podcast dabei bist, in der Podcast-Beschreibung, dann kannst du dir mal meine komplette Story dazu anhören. Heute würde ich aber sagen, starte, bevor du bereit bist. Also wenn dein Gefühl sagt, du möchtest in das DJing mehr einsteigen und du möchtest das mehr machen als dein Hauptjob, dann warte nicht länger. Mach das sofort, weil es gibt nichts Schlimmeres als verschwendete Zeit. Du wirst später in ein, zwei Jahren zurückblicken und dir immer sagen, hätte ich das nur mal früher gemacht. Aber jetzt am Anfang wissen wir das alle nicht. So, das war nochmal eine detailliertere Antwort auf die letzte Folge, auf die letzte Frage. Ich möchte jetzt aber mal ganz kurz erklären, wie auch du die Möglichkeit hast, mir deine Fragen zu stellen. Denn ich bekomme unglaublich viele Nachrichten in Social Media und E-Mails und ich kann Fragen gar nicht mehr einzeln beantworten. Deswegen gibt es ja das Frag-DJ-Mike-Format. So beantworte ich die Fragen in einem Video oder in dem Podcast und jeder hat was davon. Also, jeden Dienstag findest du in meinem Instagram-Account, in meinen Stories, den Frag-DJ-Mike-Sticker und da hast du die Möglichkeit, mir auch deine Frage reinzustellen. Dann landet sie hier auf meinem Monitor und mit viel Glück wird sie dann in dieser Folge hier beantwortet. So einfach ist das schon. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten. Wenn dir dieses Format gefällt, gib mir gerne einen Daumen nach oben im Podcast. Gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung damit ab. Dann sehe ich, dass dir das auch gefällt, das Format und wir behalten es weiter bei. Einen letzten Punkt habe ich aber jetzt ganz schnell noch und zwar möchte ich euch kurz erzählen, wer der Sponsor der heutigen Folge ist. Und das war nämlich niemand. Absolut niemand. Ne, mal im Ernst, wir haben hier tatsächlich keine Sponsoren. Weder auf meinem YouTube-Kanal noch im Podcast mit drin. Das heißt, ich werde euch keine Sponsoring-Werbung hier mit reinbringen, möchte euch aber gerne auf etwas Eigenes von mir aufmerksam machen. Und zwar, wenn ihr schon DJ seid und ihr spielt schon einige Partys und die laufen relativ gut, aber ihr möchtet die nochmal ein wenig besser machen, dann funktioniert das über eine noch bessere Musikauswahl. Die richtigen Hits zum richtigen Zeitpunkt, die richtigen Edits, die richtigen Remixe. Und wie man auf sowas aufmerksam wird, das ist relativ einfach, nämlich über die Playlisten von anderen DJs. Weil die spielen ja schon gute Partys und an denen kann man sich ganz einfach orientieren. Und in diesem Zuge habe ich auch Playlisten, die ich dir bereitstellen möchte. Und zwar meine eigenen Playlisten von drei richtig guten Partys. Die möchte ich dir einmal schenken in dieser Form, wenn dich das Thema Musikauswahl vor allem auch beschäftigt oder betrifft, wenn du da besser drin werden möchtest. Wenn das was für dich ist, dann guck mal unter diese Folge in die Beschreibung mit rein. Da verlinke ich dir meine drei Gratis-Playlisten, die du dir ganz einfach zuschicken lassen kannst. So, das war's. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Ciao, ciao.